Deutsche Phonetik mit Heidi und Milla Heidi, Milla, Heidi, wie sagt man Ohr? Ohr, ohr, schönes rundes Oh, sag mal, ohr. Das kannst du noch besser machen, Milla. Also, ich nehme immer meine Hand und ich reibe mit der Hand meinen Bauch. Oh, die ganze Energie ist im Bauch, nicht hier oben. Also nicht, ich komme aus Polen, ich komme aus Polen. Probier mal. Ohr, ohr, ohring, ohr. Ja, so gut, ohrring, ohrring, offen, offen. Hast du noch ein Wort mit O? Rot, rot, super. Ohrring, ohrring. Ich habe keinen Ohrring, Milla. Oh, du hast einen Schild. Süß, der ist gut, ne? Alles klar? Heidi, super. Tschüss.